Der schießt doch die ganze Zeit so dumm, das macht mich aggressiv oder aggressiver. Boah, jetzt guckt er nicht los. Dade heißt der, Dade. Der heißt Dade. Einen Versuch noch, wenn ich jetzt nicht 10 Kills schaffe, dann ist die Aufnahme abgebrochen. Und ich hab natürlich mal die Waffe, ich glaub nämlich, die ist gute. Was soll ich sonst, was soll ich mit ner minderwertigen Sniper oder ner auf kurze Distanz schlechten Shotgun? Vor allem, weil hier nur weite Distanzen sind, ey. Ja, jetzt, jetzt, jetzt guckt er nicht mehr so dumm, gell? Jetzt hat er vor allem Angst vor mir. Der Kleine. Stimmt erst 12 oder sowas. Hä, wo bin ich jetzt? Fuck, fuck. Wegen der Meppe, ich hab's gesehen, das war nur wegen der Meppe. Oh, oh, da tut der Kampf. Guck mich halt nicht so, jetzt baut er es, sagt mich zu. Was guckst du so dumm, ey? Was? So, ein Kill. Da, jetzt frisst er. Welcher Sack baut mich dazu, dass es so scheiße lenkt? So. Alter, die lassen mich auch nicht raus, Alter. Machen wir das einfach mal so, 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 so. Jetzt kriegen sie mich nicht mehr... Oh, haha. Was? Hä? Ja, jetzt stirbt er. Ist das toll gemacht, ey. Ich bin stolz auf dich. Kriegschen Keks. Da. In meiner Gegenwart sollte man nicht in Ruhe bauen. Das ist schon mal ein Tipp. Hä? Das. Das. Boah, ey. So, jetzt ist Endgildi Schluss. Wir sehen uns nächstes Mal. Bleib dran. Ciao. So, also mich würde mal interessieren, äh, warum ich immer mitten im Part sag, wir sehen uns nächstes Mal. Da ist er. Scheiß Sniper-Sauel. Ja, das würde mich nicht mal interessieren. So, die Map. Wo? Da ist einer. Da. Stirb. So. Oh. Nein. Granate. Ganz ehrlich, die Map gefällt mir sogar. Also, die ist echt geil gemacht. Vor allem mit der Burg und dass die hier von allen Seiten kommen. Hol, Granate. Boah, scheiß. Äh, endloser Tunnel. Du weißt immer ein Licht am Ende eines Tunnels sehen. Nein, bitte, dass es kein Zug ist. Ho, ho, ho. Äh, ja. Ich warte mal auf den... Da. Friss. Schnapp. Oh, verdammt. So. Hm. Versuche ich mich mal ein bisschen anzustrengen. Wenigstens ein paar Kills hinzubekommen. So. Ah, scheiße. Da. Da war. Hä? Wo zur Hölle? Weg mit dir das Loch. Ja, wo bin ich hier gelandet? Ja. Ani. Oh, aber... Er schreckt mich nicht so. So, äh... Äh... Shit, Alter. Halt! Gut. Da. Dammit. Da ist jemand. Ach du Scheiße, ist hier ein Schlachtfelder. Bäm! Sorry, Kumpel. War keine Absicht. Ja, aber das ist doch Leben von dem Freund mit Granate abzubekommen. Ach, verdammt. Ja, meine Freunde schlagen sich hier super. Ja, guck hier. Dann, die Gegner haben unsere Burg eingenommen. Äh, ja. Und ich würde mal interessieren, ob ihr das Let's Play von Ace of Spades weitergucken wollt. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Weil, also, mir macht es Spaß. Aber ich weiß nicht, ob es euch richtig gefällt, weil es hier einfach... Weil es hier halt kein mögliches Ziel in dem Sinne gibt bei dem Spiel. Sondern einfach immer nur Niedermetzeln. Und auch die einzelnen Spielmodi, wie Capture the Flag, kommen ein bisschen zu kurz. Zum Beispiel, äh... Bei Capture the Flag habe ich noch nie einen gesehen, der sich um die Fahne gekümmert hat. So. Jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr es weitergucken wollt. Obwohl kein Auflevel-System oder sowas da ist. Oder ob ihr mal was Neues sehen wollt. Dann könnte ich mich auf mein gerade laufendes Mini-Let's Play-Projekt... Boah, boah, scheiße. Konzentrieren und mehr auf... Ja, und dann noch mehr auf meine... Ah, da steht er. Boah, was wollte ich jetzt sagen? Ja, und mehr auf neue Projekte. Ja, da läuft's doch. So. Ha. Boah, eiskalt weggeschossen. Ja. Und Dream Begins ist jetzt endlich auch mal der Trailer zu Call of Duty Black Ops 2 zu mir durchgestoßen. Die ist ja schon ewig auf YouTube. Ich konnte das jetzt sehen. Keine Ahnung, wieso. In letzter Zeit ist mein Internet schlecht. Und trotzdem lade ich hoch. So sehr liebe ich euch, meine Abonnenten. Ja, okay. War es übertrieben. Und... Boah, scheiße. Und dazu sei gesagt... Äh, ja. Auf jeden Fall wollte ich mal sagen... Ja, also... Oh, scheiße. Also das finde ich mal echt scheiße von Treyarch, dem Entwickler von Black Ops. Also, ich meine... Ist zwar ein mutiger Schritt, die ganze Serie umzukrempeln und zusammen zu kleistern zu irgendeinem Zukunftsding. Aber ehrlich, Leute. Wenn ich ein Spiel in der Zukunft spielen will, hole ich mir Halo oder irgendwie so einen Scheiß. Aber das ist so ein beliebtes Spiel, wie Black Ops auf einem einfach so abändern. Also, ne, nicht mit mir, ey. Boah, was für eine Flasche, Arne. Ne, also wirklich, ey. Oh, oh, die Map ist leer. Das sagt nichts Gutes. Au, da oben verrecken sie alle. Also werde ich nicht nach oben gehen. Und ich schiebe unterlaufen, die Gegner. Oh, scheiße, Alter. Boah, in dem Spiel kacke ich nur ab. Halt. Meine Idee. Jetzt versuche ich es auch mal als Sniper. Jetzt gucken sie dumm, gell. Jetzt mache ich sie fertig. Komm. Komm her. Verdammt, wo... Ja, jetzt kommen wir von da. Shit, Alter, wo ist der? Oh, scheiße, jetzt habe ich auch noch verloren, ey. Das gibt's nicht. Das ist so gemein, das Spiel. Boah. Ja, ey, weiter geht's. Ja. Ja, weg mit dir, du Stein. Scheiße, nein, boah. Okay, das war jetzt ein geiler Tod. Muss ich zugeben. So. Äh, jetzt übe ich mich mal ein bisschen in der Sniper. Ja, die kommen ja aber auch von überall, ey. Keine Ahnung, wie die spawnen. Sind auf jeden Fall immer in unserem Lager. Oh, was? Einen Schuss und ich bin tot, oder was? Ja, sonst noch was? Ja, dem gucke ich mal zu, bis ich wieder rein spawn. So, ja, weiter super spannend. Da tummeln sie sich, ey. Was? Oh, Alter. Das gibt's nicht. Ja, der macht's richtig. Hier schön durch die Steine durchfahren. Das ist ein schön zugepacktes Spiel. Äh. Äh. Weg. Weg mit dir. Ja, jetzt kriegt er eine Granate. Er hat's so gewollt. Ja, wo ist er jetzt hin? Zeig dich. Hallo. Oh, ein Skalapter ist gesehen, ne? Ich hab einen der Hardcores umgelegt. Uh. Boah, ich freu mich. Was? Ja, komm her. Ja, verpisst mich mal, ihr bösen Steine. Alter, was ist hier los? Oh, endlich. Ey, da. Ja. Jetzt aber. Jetzt bin ich zur... Ja, äh. Ha, 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 ha. Okay. Ich hab's Gefühl, da ist ein Abgrund. Nein. Shit, Allah. Hier sind sie. Hier tummeln sie sich. Wie die Ameisen, ey. Hä? Ah, umgelegt. Shit, da verstand sie auch noch im Baum. Zieht der aus dem Tarzan oder so, hä? Allah, ganz ehrlich. Alter, der kleine Buschmann, ey. Versteckt sich auch nie im Busch. Ja, ey, weiter geht's, ey, Leute. Sonst wird's hier nicht mehr jugendfrei. Achtung. Äh. Los geht's. Ja. Jetzt. Stirb. Nachladen. Ihr habt da gesehen, wie ich hier taktisch vorgehe. Ja, eiskalt ausgeschaltet. Oh, shit. Da, umgelegt. Hey, Leute. Nein. Ich bin grad voll gut. Ich mein, für meine Verhältnisse. Und noch einer umgelegt. So spielen sie die Pro-Gamer. So, erstmal decken. Und jetzt. Und der nächste. Ey, die Position ist extrem geil. Boah, scheiße. Jetzt haben sie mich auch erwischt. Es reicht doch gleich in so einem Burg ein, ey. Hat sich der Armentwickler so viel Mühe gegeben, ey. Verdammt, ich sag viel zu oft, ey. Nein. Hä? Ich bin in der Luft abgeschossen worden. Nicht schlecht. Ja. Skopieren sie alle meine Taktik, gell? Jetzt gehen sie auch da hoch. Hä? Ich hänge hier an dem grünen Busch fest. Los, Säckchen. Was ist da mit dem Koffer? Uh. So, jetzt geh ich wieder auf meine Lieblingsposition. So. Die ist perfekt. Nein. Ach du Scheiße, Alter. Chillt mal ein bisschen. Kommt mal runter. Oha? Von wo? Warte jetzt. Oh, verdammt. Ja, das Spiel ist zugebackt, ey. Ja. Das machen meine Freunde. Ja, der stirbt gleich, hab ich das Gefühl. Was? Was zur Hölle? Wer baut mir deinen Boden weg? Hier, irgendwo sind sie. Aber ganz, ey Leute, ganz ehrlich, langsam bin ich froh, dass das Spiel kein Levelsystem hat. Und keine KT-Killrate. Sonst wäre ich jetzt 100 pro, äh, 0,10 oder was weiß ich. Oh, ey, das gibt's nicht. Wieso sterbe ich dauernd, indem ich Berge runterspringe? Hä? Von wo? Ja, guck mal, was der macht. Oh, ho, ho. Oh, Allah, das war ein sauberer Kill. Hey, die können's alle. Und, äh, leck mich doch einfach mal im Arsch, ey, ganz ehrlich, jetzt kotzt es mich an. Nein, 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 äh, 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 äh? Äh, 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 äh Ja, auf geht's. Jetzt wird's brenzlig. Jetzt wird's brenzlig, Leute. Ja, und wieder... Rausendier. Ah, scheiße. Ja, was das? Oh, verloren. Ein Versuch, gell? Dann wechsle ich die Maps. Außer ich bin durch ein ganz großes Wunder, erziele ich 10 Kills. Da das aber nicht passiert, werde ich gleich die Maps wechseln. Und da es Traps, keine Ahnung wieso, nicht aufnimmt, wenn man nicht grad spielt, kann ich euch nicht zeigen, wie man die Maps wechselt. Aber ich denke, das kriegt ihr auch selber raus. Und ich hab mir bis jetzt... Oh, scheiße. Immer in die Beschreibung des Spiels auf den Link gepackt, wo ihr das Spiel spielen könnt. Und ja, da könnt ihr auch mal gegen mich spielen und euch freuen, wenn ihr mich zum 10. Mal abschießt. Ein Kill noch, äh, jetzt aber ehrlich. Einmal noch. Was? Boah, jetzt? Jetzt reicht's. Nächste Map.